hallo herzlich willkommen wir sind wieder hier live im studio und ich möchte gar nicht hier reden ich bin die kerstin wir machen wieder workout zusammen ich wünsche euch ganz viel spaß ihr seht ihr habt ich habe keine schuhe an ihr braucht keine schuhe könnt ihr aber auch anlassen wie es euch passt und später braucht ihr noch die matte jetzt aber erst mal vorwacht einatmen los geht und aus steck dich nach oberen und aus letztes mal ein ab und steig dich nach dringend relle armen verlockern kommt tief mit den oberschenkeln wir machen gleich am anfang klar schultern schultern locker vier drei zwei vier vier drei vier 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 Seite. Arme nach oben fangen. Ballen. Abstellen. Und hohe. So schnell wie möglich. Kein Kinkhacken verpassen. Stehen bleiben. Vier. Neun. Neun. Locker lassen. Komm nach vorne. Hoch. 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 Lächeln. Vier. Vier. Zwei. Auf vorne. Locker lassen. Zeit zu Zeit. Rechts. Komm. Seid ihr dabei? Andere Leute. Komm. Wuhu. Weiter. Okay. Da geht's auch. Vier. Drei. Zwei. Füße. Go, go, go. Seite öffnen. Hopp. 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 Spann mal schon mal deinen Bauch an. Bitte. Bauchratsel eingestiegen. Oberkörper ausrichten. Seite. Hopp. 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 Hüße. Drehen. Hopp. Bauch. Fuß abstellen. Oh. Go. So schnell wie es geht. Go, go, go. Hüßen. Rott. Rott. Locker laufen. Zieh nicht nach vorne. Füße abstellen. Hopp. Abstellen. Schulterdick. Hopp. 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 Zieh, zieh. Patten. Hopp. Hopp. Platten. Glühung. Drei. Zwei. Mitgelassen. Und hoch. Zieh. Hoch. Und drücken. Hoch. Hoch. Zwei. Aufrollen. Seid ihr warm? Locker. Go. Wir bleiben hier. Sportwein. Hinten. Schüß. Schüß die Seiten aber nach vorne. Schieb die Arme nach oben. Und zieh mal dein Seh nach hinten. Bauch. Hinten. Bauch. Rattel ein. Zieh. Rücken. Lade. Und jetzt komm. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Schieb die Beine nach hinten. Mit dem Geset. Bauch bleibt auf Spannung. Wenn es von den Armen zu anstrengend ist, wenn es auch auf dem Gesicht geht, dann halt ihr hinten. Ansonsten Arme faust. Und hoch. Tief. Hoch. Langsam. Wir fahren langsam an. Erdarmt. Und hoch. Zieh. Kommt tief. Rücken. Okay? Nicht schummeln. Yeah. Auf. Down. Hoch. Drauf. Off. Tief. Hoch. Bleib tief. Halten. Arme öffnen, Darmen ziehen. Hoch. Hoch. Und jetzt zieh deinen Rücken lang. Spür deine Schulterblätter. Geset bleibt tief. Du stehst mit dem Gewicht aus den Bärken. Zieh das Geset nach hinten. Und komm hoch. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Okay. Tempo. Ansonsten Arme. Hüff. Juhu. Füße zeigen nur noch nach vorne. Tief. Versuch in die Länge zu drehen. Mit den Bewegungen. Bauch. Hüff. Ach. Schüff. ampl. Tief. Halten und. Daumen. 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 Für die Schulter. Hopp. Hopp. Juhu. Fünf, vier, drei, zwei, aus, hoch, fies, hoch, fies. Komm tiefer. Hopp, hopp. Das Ziel ist es, morgen müssen Muskeln reden. Nein, am zweiten Tag ist am schlimmsten. Keine Sorgen. Wir sind mal hin. Hopp, hopp, hopp. Drei. Drei. Die Wolle. Und die Daumen. Hopp. Wenn dein unterer Rücken Schmerz oder Probleme macht, komm weiter hoch. Das geht auch hier. Ander und setz dich tiefer. Die Wolle. Eine Runde haben wir dann noch. Okay? Schmerz eine Runde. Zwei. Und. Hoch. Endspurt. Hopp. Hübsch. Komm. Komm. Die letzte. Hübsch. Drei. Zwei. Und. Jetzt nur das Gesetze. Arme, wenn es geht, nicht tief nehmen. Außer sie fallen dir ab. Die sind schon rot angelaufen. Das gilt überhaupt nicht. Blau gilt. Zwei. Ich denke, das ist ein tief. Acht. 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 Sieben. Mitzählen. Mit schreien geht's. Vier. Drei. Und. Locker. Auf, Freunde. Wuh. Gut. Erste Runde haben wir. Schön. Locker stehen wieder. Beine haben Pause. Wir müssen ein bisschen was für unsere Oberarme machen. Pause. Bein. Schau zu mir. Ich lebe mich feindlich. Okay? Egal, ob du rechts oder links vorne bist. Einmal nach vorne gehen. Oberkörper stehen. Punch. 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 Okay? Aber das ist nicht so wie ein Punch. Du stellst dir jetzt jemanden vor, den du gar nicht so toll findest. Ach, mir wird da gerade ein paar Eifern. Ha. Nichts. Machst. Packwissen nicht. Lass ab. Ha. Ha. Okay. Stell dir die Person vor. Ha. Und dann reinhauen. Ha. 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 Wir müssen ein bisschen Mut drauf lassen. Okay? Ha. Ha. Du musst kein lütenes Gesicht machen. Lachen darfst du immer noch. Ha. Auf geht's. Komm. 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 In die Kamera. Komm. Oder in den Bildschirm bei euch. Okay. Führe noch leiser. Drei. Drei. Zwei. Arme haben Pause. Okay. Du stehst hier dein vorderes Bein nie ab. Nie. Nie. Schau, dass du jetzt den besten Stand hast. Stand dann gebeugt. Faust Ball. Ha. Okay. Kniescheibe zieh. Zieh. Okay? Komm. Lang. Nur noch zehn Spitz absetzen. Komm. Und. Luft aufpressen. Mach deine Lunge frei. Und. Vier langsam. Drei. Es geht auch mit Tempo. Zwei. Ready. Oh. Ha. 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 Merk. Du musst mich öffnen. Du kannst hier aufbleiben. Okay. Ha. 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 Ja. Yeah. Ha. Soll ich den anfangen? Oh. Acht. Zieh. Sühe. Ha. Ha. Fünf. Drei. Zwei. Zwei. Abstehen. Ha. Ha. Tempo. Tempo. Komm. Komm. Arm bild. Auf links. Ha. Ha. Die letzte. Mitkommen. Ha. Sieben. Zwei. Fünf. Vier. Drei. Neu. Juhu. Noch verlassen. Locker. Nippen. Ein. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Aus. Aktivite Pause. Aus. Ganzes Mal. Aus. Okay. Andere Seite. Locker stehen. Ja. Hier. Wenig nach vorne. Und hopp. Hopp. So. Andere Hand ist hier in der Deckung. Und. Such dir in der anderen Person aus. Punch. In the face. Ja. Aus. Gut. Pass. Go. Go, go, go. Wupp. Und es ist gut, wenn du außer Puste bist. Ja. Das soll so sein. Und wenn du mal deinen Stoffwechsel vom Essen ein bisschen hochfragen willst, dann mach Oberarmtraining. Okay. Zehn, zwanzig Liegestützen. Passt schon. Dann arbeite deinen Stoffwechsel für das Essen besser. Deswegen mach mit Oberarm. Ah. Gut. Go. Go. Fühl noch langsam. Drei. Zwei. Achtung. Nier. Hopp. Hopp. Bleib seitlich. Nier. Knie. Hopp. Geh in die Länge. Spann und halten. Stammbein gefeucht. Hopp. 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 Go. 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 Vier. Drei. Langsam. Zwei. Seid ihr bereit? Auf. Hopp. 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 Zieh. Zieh. Mehr, mehr, mehr. Aus geht's. Aufpoweren. Aufpoweren. Wuhu. Acht. Zehne. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Alter. Oh. Hopp. 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 Komm zu mir. Hopp. Hopp. Hau rein. Erschwoll. Acht. Ah. Wuhu. Hopp. Mehr, mehr, mehr. Vier. Komm, komm. Drei. Zwei. Uh. Locker lassen. Locker. Locker. Ein, ein, ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Zwei. Letztes Mal. Okay. Gut. Füße etwas enger zusammen. Hüftgelenk frei, locker stehen. Setz dein Gewicht auf die linke Seite. Dann mache ich andersrum links. Nicht rechts. Und. Diagonale Arme zur Seite. Erstmal Arme strecken. Spreiz deine Finger. Zieh die Daumen zurück. Richte deinen Oberkörper auf. Stand beim Gebeugt. Schau, dass du gerade stehst. Okay. Und jetzt kippst du zur Seite. Stand beim Beugen. Du kannst gerne in die Waagrechte gehen. Ja. Musst du aber nicht. Du kannst auch hier bleiben. Sehr reflex. Okay. So. So. Du kannst dir deine Position ohne Festhalten. Ohne Schummeln. Anwinkel strecken. Anwinkel strecken. Stand beim Gebeugt. Wenn du keine Knieprobleme hast. Darfst du auch in die Streckung gehen. Dann Oberschenkel fest. Okay. So. Und öffnen den Oberkörper. Passt. Arme langziehen. Yeah. Eine Linie. Go. Go. Passt. Ein bisschen langsamer und ich mich wieder anstrengen. Leitgewicht. Ja. Ah. Acht. Das müssen wir noch. Komm. Sieh. 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 Fünf. Ah. Drei. Zwei. Absetzen. Locker lassen. Füße bleiben. Diagonal pausfallen. Und jetzt Arme schwingen. Hopp. 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 So. So. Dann ist es weit abzusetzen. Und jetzt lass die Arme schwingen. Entweder pausgefallen oder nicht. Hopp mit. Hopp. 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 Nimm den Kopf mit. Du darfst auch gerne die Augen schließen. Starten mit den Oberkörper widmen. Lass mal den Kopf locker. Schultern locker. Ab. Drüber. Kommt zur Seite mitnehmen. Drüber. Hütt. 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 Haltens. Gibt sie. Kommen tief. Füße etwas öffnen. Gesetzt die zwei. Vertief. Und witz. Witz. Lass es auch nicht nach unten kommen. Gerecht. Aber unverständlich. 2, 8, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, Hier geht es auf die rechte Seite. Läng links. Stand beim Beugen gerade. Einmal hier. Zur Seite. Nach oben. Finger streifen zurück. Komm in die Diagonale. Oder die Waagrechte. Schau, wenn du dich fast öffnest. Nicht nach vorne fallen. Okay? Und jetzt. Anliegen stecken. Starten links. 6, 8, 9, 10, 10, Ah, go, go, go. Abbelang. Spannung. Mehr, mehr, mehr. Acht, fünf, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, acht, fünf, fünf, Komm gleich ganz tief, die Füße weit zu öffnen, die Gäste absetzen und mittig, 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 so tief wie möglich. Och, sieben, fünf, fünf, vier, drei, zwei, locker lassen, langsam aufrollen. So, wenn du willst, trink kurz was und geh mal auf die Matte, auf die Matte, vier Füße stand, du hast mir nach vorne geschaut, Hände aufsetzen, komm in die Schütze, Füße etwas breiter als die Hüfte, Finger streifen, Schultern zurück und eine Linie, okay? Schau, dass du dich selber kontrollieren kannst. Halt, halten, halten, leichtes Bein hoch, ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach vorne. Komm, 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 so, so. und auf der Seite. Auf, zwei, under-seine, ab. Hopp, komm, 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 sitz, sieb, sieb, sieb. Komm, zu links nach oben, nicht zu weit, nach oben, nicht zu weit. Andere Seite, drauf, weg. T trace, pass Mase, up! Komm, sieb, sieb, sieb. Was die Schultern hängen? Nehme Färse nach hinten. Eine Linie. Okay, vier. Drei. Drei. Arten. Runnerplatzen. Amour. So, nach vorne, seitlich, oberes Bein abstellen, Hand parallel, diagonal, du brauchst jetzt einen festen Halt auf dem oberen Fuß. Okay, nimm den Quer, Hand hier und jetzt auf Spannung in das untere Knie. Und jetzt, Halt, Halt, Halt! 学ri 아마, Halt! Und leckst du noch mal wieder. W Ab, House! Gute, Gute, Gute! Gute, Gute, Gute Halt Gute Halt! Gute, Gute Halt, ethe Jetzt! Gute Halt! Gute Halt! Gute Halt! Gute Halt! Absetzen, oberes Bein nach oben, strecken, flanken, flanken, mal den Brustkopf öffnen, aktive Pause, halten, 50 mal raus, Brustkopf öffnen, absetzen, halten, unteres Knie nochmal weg und zu unserem Kniekehle verhackeln und jetzt zieh hoch und ist jetzt hoch und tief. Yeah, hopen, hopp, 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 auf geht's, hier schauen wir noch, vier, drei, zwei, hopp, locker lassen, fliegender Wechsel, andere Seite, ich hoffe es geht euch noch gut, langsam aufbauen, Fuß quer, der ist am wichtigsten, der hält sich, okay, ready, vamos, auf, gleich los, ha, 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 Lachen nicht vergessen, vier, drei, zwei, halten, absetzen, langziehen, lang, Brustkopf öffnen, aus der Schulter raus, zieh dich lang, halten, 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 einhaken, okay, Fuß, absetzen, unser Bein weg, einhaken, alles gesetzt, schieb, hoch, 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 hopp, 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 hopp Zwei. 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 Locker lassen. Nach vorne. Und langs. Okay, dann komm hoch in den Sitz. Langsam nach hinten abrollen. Füße aufstellen. Hände. Am Hals hüten. Nimm mal die Ellbogen nach vorne. Rechtes Bein streckst du jetzt nach vorne. Unter dem Rücken auf die Matte drücken. Komm hier vor. Ellbogen ran. Und jetzt die Crunches nach vorne. Vor. 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 Bleib mit den Kindern der Brust. Bauch zusammenhalten. Und den Fuß leicht streben. Nicht hier oben. Ja? Hopp. Erstmal rechte Seite. Oben Hals und rechte Arm. Hopp. Hopp. Bleib ein Stück weiter oben. Füllst dein Bauchnabe nach unten. Acht, sieben, drück, fünf, vier, drei, fünf, noch verlassen. Ablegen, jetzt den Fuß in den Seiten, aneinander, so nah wie möglich zum Körper, Arme seitlich und jetzt schieß dein Gesäß nach oben. Füße zusammen, drück, Held auf Druck und die Knie nach außen fallen lassen. Jetzt schieß dein Po hoch, 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 Bauch kommt gleich nochmal, hoch. Hup, 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 ab. So, wir steigen uns zur Mitte hier noch. Und jetzt bis jetzt gleich mit dazu, versuch den Fettboden anzuspannen. Schneller werden, hoch, hoch, kleine Erträgung, Knie nach außen gehen. Hup, 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 hup. Go, go, go. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Also nicht nur Daten, da sollt ihr auch mal spüren, gell? Aufstellen, Hände in den Kopf, linken Beinen nach vorne, schweben, Erträgung dran. Go, go, go. Go, go. Go. Hände in den Kopf, hupen, schweben, 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 schweben. Acht, sieben, acht, fünf, vier. 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. 5, 4, 3, 2, Ablegen, Füße zusammen, wieder, hoch, 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 und gleich schnell, zieh, 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 mach weiter, hoch, hoch, acht, sieben, sechs, fünf, vier, schweig, 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 halte, 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 und locker, okay, eine letzte Runde, hier, komm hoch, schnitt, 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 schnitt zurück, und ziehen, hoch, 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 steh, dann haben wir's, kack, kack, vier, fünf, eins, schnitt, 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 neun, auf, mit mir, das ist vielleicht nach Weihnachten, mit dem Neujahr, okay, wir sind immer noch im Januar, juhu, fünf, vier, drei, drei, hochkommen, locker, lassen, wir starten, wir kommen ins Ruhlau, und bleib kurz hier, bleib kurz hier, okay, dein Oberkörper aufrichten, bleibst du, wie du bist, du kannst auf der Matte bleiben, schieb mal dein linkes Bein nach vorne, dein rechtes Bein, und dann winkelst du an, schau aber, dass du mit dem Knie auf der Matte bist, linke Hand zurück, und jetzt hebst du dein Gesäß an, und brauchst nicht lang, lass dich nach hinten fallen, langsam tief kommen, langsam tief kommen, ablegen, Oberkörper nach vorne, und lass dich abziehen, Spür die Dehnung, und dann wandern wir zu deinem gestreckten Bein, an den Fußbessel fassen, und zieh dich tief. Und langsam hochkommen, okay, wechseln, einmal nach vorne, winkel das linke Knie an, zur Seite, rechtes Bein seitlich, rechte Hand nach hinten platzieren, Schieb dann die Sesku, und lass dich nach hinten fallen. Langsam zurückkommen, zur Mitte, nach vorne. Schau, wie es für dich angenehm ist, spür den Zug, spür die Dehnung. Und dann wandere zu den streckenbein, zieh nicht tief. Ratsam hochkommen, Füße entwirren, komm in den Ritz, hier halten, richte dich mal auf, an den Knien halten, Schultern zurück, wirklich den Oberkörper langziehen und jetzt lassen wir den Kopf zur Seite fallen, die Schulter mit, fass an den Kopf und zieh Schultern, Hals lang. Schau, dass deine Atem tiefer ist, du hast nicht geschafft, es kommt nichts Schlimmes mehr, Nasenspitze zum Boden, Dehnung etwas verändern, mach mal deinen Nacken frei. Schultern locker. Und, wechsel, andere Seite, Hand tief, Arm in den Kopf. Und du darfst gerne mit dem Zug ein bisschen den Kopf tief ziehen, achte darauf, wie es für dich passt. Schieb die Schulter tief. Und Nasenspitze zum Boden richten, Dehnung verändern. Und aus. Und aus. Zwei mal mehr ein. Und aus. Letztes Mal ein. Und aus. Super, danke, dass du dabei warst. Ich wünsch dir beiden ganz viel Spaß. Bis bald. Ciao und lass dir's gut gehen. Tschüss.